Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1970 wird sie noch als V300 bezeichnet. Es ist der Anfang einer großen Familie mit den Baureihen 130, 131, 132 und 142. Allein von der 132 werden über 700 Maschinen in Dienst gestellt. Die 004 der Leipziger Eisenbahngesellschaft befindet sich fast wieder im Auslieferungszustand. Ausfahrt in Kablo bei Königs Wusterhausen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Seit 1992 tragen alle großen ehemaligen DR-Dieselloks statt der 1 an erster Stelle jetzt eine 2. Bis heute gehören Ludmillas, so ein Spitzname, zu den wichtigen Zugpferden bei DB Cargo. Eine Modernisierung und die Ausrüstung mit neuen Motoren am Anfang der 90er Jahre ließen die Baureihe 233 entstehen. Die Baureihe dritte Flöten Untertitelung des ZDF, 2020 Fast zeitgleich entstehen mit Regestellen von der bereits ausgemusterten Baureihe 130 Ludmillas für Tempo 140, vorgesehen für den Intercity- und Interregiodienst, bezeichnet als 234. Zwei Ludmillas vor einem Panzerzug, ein Powerpack. ZDF, 2020 4.000 PS Leistung hat die Baureihe 142, allerdings nur in sechs Exemplaren gebaut. Die Lok wird 1995 ausgemustert und an Privat verkauft. Eine Zeit lang fährt sie bei der Eko-Transportgesellschaft. Heute bei ArcelorMittal. Ab 1997 entsteht aus Umbauten die Baureihe 241 mit 4.000 PS Leistung. Bis zum Erscheinen der Maxima sind die 11241 und die 6242 die stärksten Diesel-Loks in Mitteleuropa. Der Rangierbahnhof Wustermark, nordwestlich von Berlin gelegen. Regelmäßig übernehmen hier Ludmillas Güterzüge. 232, 283 von Wedler und Franz wird aufgerüstet. Der Kolomna-V-Motor 5D49-16 läuft. Der Kolomna-V-Motor 5D49-16 läuft. Ich würde ja nochmal rauskommen mit einer Lok von 129 und dann Richtung W.O.T. zum 59.846. Die WFL-Lok 232-333 wird die Fuhre übernehmen. Lokführer Frank Anheyer ist heute für die Fahrt nach Premnitz eingeteilt. Die Farbgebung stammt aus der Zeit bei DB Schenker Rail Polska. Seit Ende 2014 ist Wedler und Franz die Eigentümerin. Die WFL Ludmilla rollt zu ihrem Güterzug. Auch diese Lok hat noch einen alten Kolomna-Motor. Hinter dem Motor sitzt die Generatoranlage. 3000 PS Leistung bringen den schweren Zug locker in Bewegung. Die WLF-Lok tão gut��้gen, die Leichter und fröhnen. Die WLF-Lok-Title macht die WLF-Lok. Die WLF-Lok-Title macht die WLF-Lok-Title. Die WLF-Lok-Title macht die WLF-Lok-Title. Die WLF-Lok-Title mitschel. Untertitelung des ZDF, 2020 Charakteristisch ist das Steuerrad für die Fahrstufen. Auch 232 309 hat eine polnische Vergangenheit. Heute fährt sie wieder unter der Flagge von DB Cargo. Untertitelung des ZDF, 2020